Es ist verdammt schwierig, arm zu sein, wenn man hunderte Leads hat. Das war das große prägende Zitat, das ich aus dem Buch 100 Millionen Leads von Alex Hormosi mitgenommen habe, als ich das Buch wirklich in wenigen Tagen verschlungen habe. Und ich kann sagen, dass es das beste Buch ist, was ich jemals gelesen habe, wenn es darum geht, wirklich Leads für sein Unternehmen zu generieren. Denn das Coole daran ist, dass es Alex Hormosi wirklich schafft, nicht nur strategisch zu erklären, wie das Ganze funktioniert, und das schaffen tatsächlich relativ viele Bücher, sondern er zeigt wirklich an konkreten Beispielen, wie man das Ganze wirklich praktisch umsetzen kann. Und das ist der große Vorteil, sodass man wirklich innerhalb von wenigen Tagen und Wochen die ersten Erfolge dadurch erzielt und dann wirklich angefixt ist, nach und nach die Sachen im Buch umzusetzen. Das große Problem mit Büchern ist ja immer, man verschlingt das Ganze, packt es dann beiseite und vergisst es häufig. Und das Gefühl hatte ich auch, dass in dem Buch so viel drin ist, dass man es wirklich über mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate, jetzt nach und nach umsetzen kann. Und das war der Grund, warum ich mich nochmal einen ganzen Tag eingeschlossen habe und wirklich die 39 größten Learnings aus dem Buch für mich zusammengefasst habe und dir heute präsentieren werde. Und egal, ob du das Buch schon gelesen hast oder vorhast, es dir zu bestellen, du wirst aus diesen Learnings verdammt viel lernen. Du kannst dich entspannt zurücklegen, es wird eine lange Folge werden oder dir das Ganze vielleicht auch nochmal in Ruhe als Podcast anhören. Wenn du das Dokument haben willst, wo ich nochmal alle Learnings zusammengefasst habe, einfach kurz meinen Kanal kostenfrei abonnieren und Leads in die Kommentare schreiben. Dann schicke ich dir den Link dazu zu. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt rein und ich verrate dir die größten Learnings aus 100 Millionen Leads von Alex Homosi. Das erste große Learning war, dass du nicht unbedingt ein Webinar brauchst, um Leads für dein Unternehmen zu generieren. Und er erzählt da eine coole Anekdote, dass er in der Mastermind war und ihm alle empfohlen haben, Alex macht unbedingt ein Webinar. Ganz viele Leute in der Mastermind haben wirklich krasse Ergebnisse durch Webinare erzielt. Er hat alles probiert, Werbeanzeigen schalten, Landingpage, dass die Leute beim Webinar dabei sind, Folien basteln und hat sich unglaublich schwer damit getan und hat irgendwann gesagt, hey, Webinare ist es irgendwie nicht. Was ist, wenn ich die Leute einfach anrufe, die sich für das Webinar registriert haben? Und das ist ihm super leicht gefallen, hat die Leute am Telefon einfach abgeschlossen und war so, ah, man braucht gar kein Webinar. Was ich dafür für mich mitgenommen habe, ist, dass es Unternehmer gibt und auch Gründer gibt, die mehr so Sales-lastig sind, den Vertrieb super leicht fällt, die einfach sich einen Telefonhörer schnappen und den Leuten am Telefon erklären, was das Angebot ist und die Leute abschließen. Und dann gibt es, glaube ich, auch Gründer, die mehr Marketing-lastig sind, denen es halt leichter fällt, ein Webinar zu halten und die Leute einzuladen und dort abzuschließen. Ich glaube, das muss man entlang des Weges einfach über sich selbst rausfinden. Ich bin mehr auf der Marketing-Seite. Für mich wäre es immer leichter, ein Webinar zu halten, als Leute anzurufen. Aber ich glaube, diese Unterscheidung sehe ich immer wieder bei Gründern, dass es mehr Leute gibt, die Sales-lastig sind oder Marketing-lastig sind. Und umso mehr man das über sich selbst versteht, desto besser, weil man dann auch ganz genau weiß, wie man sich weiterentwickeln muss. Dann zweiter Punkt, super spannend, kleines Learning. Gute Lead-Magneten lösen ein kleines, spezifisches Problem der Zielgruppen. Die meisten Leute machen den großen Fehler, dass sie immer versuchen, ihr gesamtes Kernadgebot in einen Lead-Magneten zu packen. Keine Ahnung, in meinem Fall würde ich irgendwie die Roadmap zu einem Millionen-Jahres-Umsatz mit LinkedIn in einen Lead-Magnet packen. Wäre halt eine gigantische Roadmap, wo ich alles erkläre, was man tun muss, um auf LinkedIn wirklich Leads zu bekommen und darüber zu gewinnen. Besseres Beispiel ist wirklich unsere kleine LinkedIn-Algorithmus-Checkliste. Löst wirklich ein kleines Problem, dass die Leute mehr Reichweite haben wollen mit ihrem Content. Dort sind unsere 30 besten Hacks drin und fertig. Funktioniert immer tausendmal besser, als wenn man die großen Probleme löst und war nochmal eine gute Erinnerung. Was super cool war, worauf ich auch in den letzten Monaten gekommen bin und dann nochmal durch Alex Homosi super gut bestätigt wurde, ist Learning Nummer 3, teste unbedingt den Namen deines Lead-Magneten. Und das ist wirklich, was ich beobachtet habe, auch bei dieser Algorithmus-Checkliste, dass ich immer wieder Leute auch in Nachrichten hatte, ey Robert, wie komme ich an diese Algorithmus-Checkliste ran? Und ich das erste Mal verstanden habe, die Leute wissen nicht mal, was da drin ist, sondern nur dieser Begriff, diese zwei Worte alleine verkaufen das Ding, im Sinne von, dass die Leute es haben wollen. Und das hat er mit dem Buch auch gemacht. Drei große Tests hat er auf Instagram gemacht. 100 Millionen Advertising versus 100 Millionen Promotion. Da hat 100 Millionen Advertising haushoch gewonnen. Dann 100 Millionen Advertising versus 100 Millionen Leads. Da hat er 100 Millionen Leads gewonnen. Und dann 100 Millionen Marketing versus 100 Millionen Leads. Und auch da hat 100 Millionen Leads dann bestätigt gewonnen. Und man kann eigentlich alles testen. Untertitel, Cover, wirklich den Haupttitel. Und das ist wirklich das, was man im Hinterkopf behalten muss. Die Leute hören erstmal nur den Titel von deinem Lead-Magnet. Und umso besser der ist, desto leichter wird es, dass sich Leute wirklich eintragen. Das durfte ich auch lernen. Wir haben mittlerweile zwischen 500 und 1000 Leute, die sich organisch für unsere Algorithmus-Checkliste eintragen. Nur weil der Titel so verdammt gut ist. Dann, was ganz cool ist, dass man auch immer im Hinterkopf behalten muss, dass Lead-Magnets unterschiedliche Formate haben können. Das kann zum Beispiel eine Video-Case-Study sein, das kann eine Präsentation sein, das kann Audio sein, das kann Text sein. Also auch da, dass man da präferierte Formate einfach testet und guckt, was für ein und für die Zielgruppe gut funktioniert. Du wirst dich nicht wundern, in diesem Dokument haben wir eine gute Mischung aus Deutsch und aus Englisch, weil ich einfach auch die wortwörtlichen Formulierungen von Alex mitnehmen wollte. Also nicht wundern, wenn das hier so ein bisschen übereinander schwappt. Das fand ich super spannend. Und Learning Nummer 4, verschiedene Formate von Lead-Magnets sind die einfachste Form, um vierfache Leads mit der gleichen Arbeit zu bekommen. Und er hat sozusagen ausgewertet, er hat 100 Millionen Leads als E-Book angeboten, als physisches Buch angeboten, als Audio und als Online-Kurs. Und er wollte halt gucken, ob es irgendein Format gibt, was überdurchschnittlich performt, tut es nicht. Ein Viertel der Leute lesen das E-Book, ein Viertel lesen die physischen Bücher, ein Viertel hören sich Audio an und ein Viertel Online-Kurse. Und hier würden natürlich viele Leute den Fehler machen, wenn du zum Beispiel daraus einen Online-Kurs machst, dann hast du nur ein Viertel der Leute, die du erreichen kannst, wenn du daraus kein Audiobuch machst, kein physisches Buch dafür machst oder kein E-Book daraus machst. Das war für mich auch nochmal spannend, dass ich auch überlege, dass wir viele Inhalte wirklich nochmal auch in andere Formate überführen. Wir haben heute jetzt zum Beispiel Video und auch Audio mit dem Podcast, aber dass das eine coole Möglichkeit ist, mit dem gleichen Inhalt viel mehr Leute zu erreichen. Learning Nummer 5. Das Ziel ist es, mehr Mehrwert zu liefern als die Kosten von deinem Kernangebot. Das muss ich kurz erklären. Die Idee ist, dass man wirklich in seinem Content, dem kostenfreien Content, so viel Mehrwert liefern, dass die Leute wirklich schon gedanklich das Geld wieder drin haben, was sie bei dir investieren im Kernangebot. Und das ist krass, wenn du darüber nachdenkst, weil das muss man erstmal hinbekommen. Und er hat es cool erklärt, du kannst nie zu viel Wert liefern, nur zu wenig. Weil viele Leute immer Angst haben, oh Gott, wenn ich meine besten Sachen irgendwie rausgebe, was passiert dann, stell dir vor, dein Content ist schlecht oder du gibst zu wenig raus, dann denken die Leute ja, dass deine Produkte auch schlecht sind. Die Leute bewerten den Wert, den sie bekommen vor der Zusammenarbeit, natürlich auf der Grundlage des Wertes, den sie vorher bekommen. Und das war auch der Grund, warum ich wirklich auch YouTube Podcasts und mein LinkedIn Content nochmal so signifikant verbessert habe in den letzten Monaten, weil mir einfach klar geworden ist, umso besser die Inhalte sind, die ich rausgebe, umso bessere Leute ziehe ich auch an. Ganz wichtig ist auch, dass 99% der Menschen nicht kaufen. Du wirst wahnsinnig viele Leute, hunderte, tausende Leute vielleicht irgendwann haben, die alle deinen Content konsumieren, aber nie Kunde werden. Und das ist völlig normal. Aber was diese Leute machen, können deine Reputation stärken oder zerstören. Und das bedeutet, insofern mach deine kostenlose Inhalte genauso gut wie deine bezahlten. Und ich glaube, wenn man das mitnimmt, kann man nicht viel verkehrt machen und man braucht sich auch keine Sorgen machen, dass die Leute dann irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr kaufen oder so, weil sie schon alles gesehen haben. Da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Und gleichzeitig ist es auch wirklich eine coole Möglichkeit, um selber immer weiter zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, sodass deine zahlenden Kunden auch immer nochmal Learnings haben, die du nach außen vielleicht noch gar nicht kommuniziert hast. Learning Nummer 6. Super cool. Finde einen Grund, warum Leute jetzt kaufen sollten oder sich bei dir melden sollten. Und da ist ein cooles Beispiel, Fraternities, don't need a reason to party, Margarita Monday, Taco Tuesday, Thursday Thursdays. Also, dass Studentenverbindungen in Amerika nie einen Grund brauchen, um zu feiern, immer jeden Tag sich irgendwas ausdenken. Und das hat er auch gut gesagt, jeder Grund funktioniert besser als kein Grund. Also zu sagen, ja, gerade Januar, Kickoff, besten Start in dein Unternehmen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mit LinkedIn loszulegen. Melde dich, um zu schauen, ob wir dir helfen können. Auch da liefert man einen Grund besser als, melde dich einfach bei uns. Das klingt halt so jederzeit. Was er gesagt hat, als Action Step, give a clear, simple action-oriented CTA, then give the reason why, use scarcity, urgency and any other reason you can think of. Don't be clever, be clear. Und das ist nochmal eine coole Erinnerung, wirklich einen Grund zu liefern, warum sich Leute melden sollen. Dann eine ganz coole Unterscheidung, Learning Nummer 7, die warme Zielgruppe versus kalte Zielgruppe. Warme Zielgruppen haben dir die Erlaubnis gegeben, sich bei dir zu melden. Gerade, was weiß ich, Freunde, Kontakte, Verwandte, die sind es ja gewohnt, dass du dich bei ihnen meldest und haben dir auch sozusagen das Okay gegeben. Kalte Zielgruppen haben dir noch nicht die Erlaubnis gegeben. Die ist die Grundlage für die Art der Kommunikation. Und da kommen wir auch gleich zu. Aber die ist verstanden, dass viele Leute auch in so Direktnachrichten häufig völlig viel zu straight sind, ohne dass die Gegenseite schon die Erlaubnis gegeben hat, sich eigentlich bei dir zu melden, dass man das einfach im Hinterkopf behält. Learning Nummer 8 sind die 4 Wege, um Leads zu bekommen. Und das ist wirklich cool, muss man sagen, dass Alex Homozi es auf diese 4 einfachen Methoden runtergebrochen hat, die es eigentlich gibt, um Leads zu generieren. Mehr gibt es mehr oder weniger da draußen nicht. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Aber dass man das super gut sortieren kann. Und zwar 1 to 1 to a warm audience, also 1 zu 1 an eine warme Zielgruppe, ist einfach warm outreach. Also Direktnachrichten an deine Kontakte. 1 to many an eine warme Audience ist einfach Content zu posten. Also das bedeutet, dass du mit einem Post ja ganz viele Leute erreichen kannst. Und das ist sozusagen deine 1 to many Möglichkeit. Dann 1 zu 1 an eine cold audience, also eine kalte Zielgruppe 1 zu 1 Kommunikation, ist einfach kalter, also cold outreach, also kalte Direktnachrichten, was man auch super gut bei LinkedIn machen kann. Und 1 to many an eine kalte Zielgruppe sind Paid Ads, also Werbeanzeigen schalten. Und man muss wirklich sagen, in diesen 4 bewegt man sich auch perfekt bei LinkedIn. Das ist genau das, was wir mit unseren Kunden auch umsetzen. Wir fangen an, Content zu posten. Wir zeigen ihnen dann, wie sie Warm Outreach machen kann. Starten ab irgendeinem Zeitpunkt auch mit Cold Outreach, um wirklich noch mehr Leute zu erreichen. Und dann schalten wir Werbeanzeigen. Und das hier ist das coole, das prägende Zitat. Wenn du nicht genug Leads bekommst, und das ist tatsächlich auch das, was wir unseren Mentoring-Kunden immer wieder sagen, setzt du die Strategie nicht mit genug Skill. Also vielen Leuten fehlt einfach die Erfahrung. Es gibt immer wieder die Leute, die sagen auch ganz unabhängig davon, hey Robert, ich habe jetzt schon mal 50 Nachrichten verschickt, da passiert einfach nichts. Und dann sage ich immer, bevor du nicht 500 Nachrichten verschickt hast, brauchen wir gar nicht reden. Also viele Leute haben einfach völlig Vorstellung von Volumen, was man einfach gemacht haben muss, damit man Ergebnisse erzielt. Das bedeutet, sie haben entweder zu wenig Skill, und Skill kommt einfach auch durch Volumen, dass man es macht, oder einfach viel zu wenig Volumen. Also völlig falsche Vorstellung, dass man was weiß ich, drei Nachrichten verschickt, und daraus ein Kunde entsteht. Und wir kommen auch gleich zu Benchmarks, weil er sagt, 100 Nachrichten an warme Kontakte, ein Kunde. Und das ist schon verdammt viel Volumen. Aber wenn man so einen Benchmark hat, dann weiß man einfach, was man umsetzen muss, und was realistisch ist. Learning Nummer 9 ist der schnellste Weg für Leads, gerade am Anfang, Warm Outreach, also wirklich Direktnachrichten an warme Kontakte, ist der beste Weg, um die ersten fünf Kunden zu bekommen. Schritt Nummer 1, einfach eine Liste zusammenstellen, was man so an Kontakten hat, in seinem Handy, auf Social Media, E-Mail, dass man sich bestenfalls eine Plattform schnappt, am Anfang gerade Telefon, WhatsApp, dann eine Nachricht schreibende, personalisierte, und nichts mit Pitchen, sondern einfach ins Gespräch kommen, genau unsere Eisbrecher Nachricht, die wir auch mitbringen. Saw you just had a baby, how's the baby doing, how are you? Einfach ins Gespräch kommen, fertig. Schritt Nummer 4, Reach Out, dann wirklich 100 Messages per day, at least 3 times per person, also dass man auch da dran bleibt, und mehrmals das Ganze macht. Und hier würden viele Leute schon aufhören, und das Ganze nicht tun. Aber gerade für den Anfang, wenn man wirklich Traction bekommen will, ist das die beste Möglichkeit, um die ersten Kunden zu beginnen. Dann Warm Them Up, auch Eisbrecher Nachricht, Acknowledge, Compliment, Ask Another Question, also einfach wirklich eine Konversation sozusagen aufzubauen, immer wertschätzen, was sie geantwortet haben, Kompliment zu geben, dann eine nächste Frage stellen. Schritt Nummer 6, Invite your friends, by the way, do you know anybody that wants x result? Das bedeutet, er pitcht zum Beispiel nicht direkt in den Nachrichten, sondern fragt, ob sie eine Person kennen, die sich für das interessieren. Also das bedeutet, wenn ich dir jetzt eine Nachricht schreiben würde, würde ich dich fragen, hey, kennst du jemanden, der über LinkedIn Leads bekommen will und darüber mehr Reichweite und wirklich zahlende Kunden gewinnen will? Daraus kommt man so ein bisschen aus dieser Position, dass man nicht dieses Pitchen muss und abgelehnt werden kann, sondern man fragt einfach, ob sie jemanden kennen, sodass sie darüber nachdenken und bestenfalls natürlich sagen, ja, ja, ich will das haben. Dann Schritt Nummer 7, und das ist etwas, was ich auch immer wieder Kunden mitgebe, make them the easiest offer in the world, dass man wirklich sagt, die ersten 5 Kunden, wenn man zum Beispiel sein skalierbares Angebot entwickelt, dass man die ersten 5 Kunden for free betreut. Es geht darum, wirklich so schnell wie möglich auch Erfahrungswerte in der Zusammenarbeit zu sammeln und dass man da nicht ewig jetzt drüber nachdenken muss, irgendwie, wie kriegt man denen das Verkauf, weil man sich vielleicht auch noch nicht drittsicher fühlt, weil das Angebot komplett neu ist und insofern die ersten 3 bis 5 Kunden for free rein, mit denen arbeiten, Ergebnisse erzielen, fertig. Das ist Schritt Nummer 8, was ist, wenn ich alle kontaktiert habe, einfach in der Liste wieder ganz oben anfangen und wieder runterarbeiten. Schritt Nummer 9 ist dann, ich kann natürlich nicht für immer kostenfrei sozusagen arbeiten und da dann eine coole Methode, dass er gesagt hat, hey, start charging, die nächsten 5 kriegen 80% Discount, die nächsten 5 kriegen 60% Discount, die nächsten kriegen dann vielleicht 40% Discount, sodass du dich wirklich immer drittsicherer fühlst, das Ganze zu verkaufen. Und Schritt Nummer 10, keep your list warm, are you still looking for this buy your dream home, get more sales lead, also dass man einfach mit den Leuten immer wieder ins Gespräch kommt. Und hier ist halt das perfekte, der perfekte Benchmark, one client per 100 warm outreaches. Und wirklich, ich habe selten Leute erlebt, die jemals in ihrem Leben wirklich 100 warme Outreaches überhaupt gemacht haben, also 100, nicht mal 100 Direktnachrichten, sondern das muss ich ja wirklich mal 3 mal 4 nehmen und da sind wir ungefähr bei den 500 Nachrichten. Wenn ein Kunde bei entsteht, dann hast du wirklich perfekt Benchmark getroffen. Und die meisten sind einfach, wenn man offen gesprochen so ist, zu faul, du natürlich nicht, aber viele Leute sind einfach zu faul, diese Arbeit zu machen, aber dass man das im Hinterkopf bekommt. Aber man kann niemals sagen, dass man keine Leads hat, weil wenn man in sein Telefonbuch guckt, hat man genug Leute und vielleicht auch zweiten Grades, die für dein Angebot interessant sind. Wir haben ganz gut, guter Content besteht aus drei Elementen, Hook, Retain, Reward, Hook relativ easy, they cannot be rewarded unless we get their intention. Das bedeutet, bringt alles nichts, guter Content, wenn wir es nicht schaffen, sie in den Content reinzuziehen. Retain, best way to retain people is curiosity. Das bedeutet, dass man Listen macht, Steps macht oder Storys erzählt und mit Neugierde spielt. Und dann Reward, das fand ich ganz spannend, Build content units that reward people as much as possible. Und ich glaube, dieses Dokument ist eigentlich perfekt dafür, dass man sagt, jedes Learning bestenfalls ist ein Reward für dich, weil du wieder was gelernt hast. Wenn ich das in eine endlose Geschichte packen würde, dann wäre so, du müsstest das ganze Ding gucken, um irgendwie Mehrwert zu bekommen. So hat man so Learning nach Learning nach Learning nach Learning und das ist halt super befriedigend als Zuschauer oder Zuhörer. Und das ist nochmal ein guter Punkt, was ist so, boah, ist mein Content nicht irgendwann ausgelutscht, muss irgendwie was Neues erzählen. You get bored repeating yourself before your whole audience knows all the stories. Gerade bei Leuten, mit denen wir zum Beispiel unseren Vortragsfunnel bauen und diesen skalierbaren Vortrag auch entwickeln, die immer die Sorge haben, wenn sie den Vortrag das dritte Mal gehalten haben, dass sie doch nicht wieder das Gleiche erzählen können. Und dann frage ich sie immer, wie viele LinkedIn-Kontakte sie haben und dann haben die Kunden meistens 3.000, 5.000 Kontakte und frage sie, wie viele Teilnehmer live wirklich bei den Vorträgen dabei waren und dann waren es vielleicht 20, 25, 50 und dann meinte ich, da ist noch ein Way to go. Also zwischen 50 und 5.000 LinkedIn-Kontakten, dann kannst du noch viele Runden drehen, bevor wirklich jeder deinen Vortrag gesehen hat und so ist mit Content genauso. Das fand ich ganz spannend. People don't have shorter Attention Spawns, also das bedeutet, wir sind keine Goldfische, sondern they have higher Standards und deshalb klicken Leute auch weg und das fand ich nochmal einen coolen Shift, das ist eigentlich ein Learning für sich. Wir machen 40 Learnings draus, dass die Leute immer so gesagt, oh, die scrollen weg, die scrollen weg, die scrollen weg, das ist einfach, weil sie nicht mehr so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne haben. Das ist tatsächlich vielleicht auch der Fall, aber der Fall ist auch, weil Content einfach immer professioneller wird und die Leute einfach professionelleren Shit sehen wollen. Und das habe ich einfach auch beobachtet, dass ich gesagt habe, hey, ich mache, was weiß ich nicht, drei Folgen pro Woche auf YouTube, sondern ich mache eine Folge, aber die mache ich verdammt gut, weil ich einfach weiß, wenn die richtig gut ist, dann habe ich einen viel größeren Hebel als das. MrBeast hat das, glaube ich, cool gesagt, ein Video mit 50 Millionen Ansichten ist leichter zu erstellen als 50 Videos mit eine Million Ansichten. Und das fand ich nochmal einen ganz spannenden Punkt, dass man auch gerade bei dem Contentspiel immer versuchen sollte, seinen Standard zu erhöhen. Learning Nummer 11, as a marketing rule of thumb, if every, nee, ja, doch, if everyone else is doing it, don't do it. Und das habe ich auch das Gefühl, dass wir auch in den letzten Jahren immer wieder Sachen gemacht haben, die es so in der Form im Markt überhaupt nicht gab. Auch gerade zum Beispiel unsere Social Leads Academy haben wir vor über drei Jahren gestartet. Da war niemand im Bereich Kurse sozusagen unterwegs. Alle waren irgendwie, man muss High Ticket machen und man muss Beratung machen, man braucht ein Sales Team und man braucht all sowas und wir haben das gemacht und jetzt drei Jahre später stehen alle auf der Matte und sagen, ey Robert, ich kann mir dieses Modell, was ihr auch habt, auch irgendwie vorstellen. Wie kann ich damit starten? Also das bedeutet, wenn es alle machen, mach es nicht. Relativ simpel. Das fand ich spannend. Learning Nummer 12, 4 zu 1 Ratio, giving and asking for a sale. ist immer die Frage so, wie viel Content kann ich posten und wann kann ich irgendwie was verkaufen? Und da gab es ein cooles Beispiel, dass im Fernsehen eine Stunde 47 Minuten Content hat und 13 Minuten von Werbeanzeigen. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade die Fernsehindustrie das natürlich über Jahrzehnte perfektioniert hat, so viel wie möglich auch danach zu fragen, irgendwie nach Werbeanzeigen mit genug Content. Und da kann man sich halt wirklich relativ gut merken, dass man vier Content-Posts macht und eine Werbeanzeige sozusagen oder einen Pitch im Post macht. Das kann bedeuten, dass man vier Posts pro Woche macht, einen Pitch, was weiß ich, am Freitag, dass man da eine perfekte Kombination hat. Learning Nummer 13, Cold Outreach ist hart, hat aber viele Vorteile. Und ich muss sagen, Cold Outreach ist eine unglaubliche Chance, braucht seine Arbeit, ist auch etwas, was ich unternehmerisch vielleicht in den nächsten Jahren nochmal angehen werde. Denn das Gute ist, du brauchst kein Content, du brauchst keine Ads, dein Wettbewerb weiß nicht, was du tust, also du fliegst halt völlig unterm Radar. Was immer cool ist, ist unglaublich zuverlässig. Wenn man es wirklich einmal geknackt hat, dann liefert es stabil Ergebnisse. Du bist nicht abhängig von irgendwelchen Plattform-Updates und dein Unternehmen ist mehr wert, wenn es auch ohne dich funktioniert und es einfach unglaublich schwer zu kopieren. Und das ist halt das Coole, dass man wirklich sagen muss, auch an Kaltakquise gilt es genauso. Also darunter fällt ja Cold Outreach auch, dass es halt schon ein super legitimer Vertriebskanal ist. Aber hier kommen wir auch ein bisschen dazu zurück, dass man glaube ich auch die Vermarktung mit der Gründerpersönlichkeit übereinstimmen muss. Also wie gesagt, ich bin Marketer, würde mich da nie ransetzen oder wenn ich mich ransetze, würde ich glaube ich kläglich scheitern. Wenn man wirklich mehr Sales-lastig ist, ist das der Way to go. Nummer 14, Werbeanzeigen. Du tauschst Geld gegen Reichweite und ist am Ende ein Spiel um Effizienz als weniger um Reichweite. Wie kriegst du es hin, dass deine Ads funktionieren? Und das Beste, was er als Tipp mitgegeben hat, starte mit Werbeanzeigen dort, wo deine Konkurrenz Werbeanzeigen schaltet. Ich glaube in deren Fall war es wirklich Meta und Instagram, wo die gestartet sind. Und was spannend war, dass sozusagen das Format, also das bedeutet, was ja auch dein Funnel ist oder dein Lead Magnet ist, dass das auch darüber entscheidet, welche Ad am besten funktioniert. Die hatten irgendwie so eine Six-Week-Challenge, für die Fitnessstudios selber. Und das war die beste Ad über Jahre für alle deren Kunden. Ja, und das war nochmal spannend zu sehen, dass natürlich auch das Format dahinter entscheidet, wie gut die Werbeanzeige funktioniert. Dann Learning Nummer 15. Die einfachste Ad-Formel besteht aus drei Elementen. Und hier habe ich ein bisschen mehr jetzt runtergeschrieben, weil das für mich in der Phase jetzt auch gerade interessant ist, weil wir relativ viel Video-Ads gerade machen und ich das einfach lernen will. Schritt Nummer 1 ist Call-Outs. I need to get them to notice me, dass man wirklich in den ersten 5 Sekunden die Leute direkt sozusagen anspricht. Das können Trades sein, das können Titels sein, das können Places sein, was weiß ich, Gym-Owner, Gründer aus Lübeck oder Gründer aus Hamburg oder Digitale Nomaden, also einfach deine Zielgruppe. Andere Möglichkeit ist Yes-Questions. Do you wake up to pee more than once a night? Super konkret. Oder do you have a home worth over 400k? Also das bedeutet, Labels sind einfach so die Zielgruppe. Dann die Yes-Questions ist, wo Leute direkt Ja sagen können. Dann if-then-Statements. If you spend more than 10k per month on advertising, we can save you up to 20%. If you were born between 1978 und 86, you may qualify for fertig. Und das ist halt auch ein cooler Winkel und das sind alles so Hooks, die man nutzen kann am Anfang. Witzig ist auch Ridiculous Results. Massage Studio book out two years in advance. Das ist natürlich für alle Massage Studios eine unglaubliche Vorstellung, dass man zwei Jahre im Voraus sozusagen ausgebucht ist. Oder this woman lost 50 pounds by eating pizza and fired her trainer. Auch Ridiculous Results. Also das bedeutet, stick out in the first five seconds, sound, color, movement. Fact, people want to work with people who look, talk and act in ways familiar, to them. Ein cooles Beispiel, was er genannt hat, quark like a duck. Also wenn du mit, was sind das, Gänsen oder ja, zusammenarbeiten willst, dann irgendwie Enten, dann quark auch wie eine Ente. Und das war nochmal ganz spannend, das natürlich auch mit deiner Persönlichkeit korreliert, wen du anziehst. Was er gesagt hat, 30 Hooks, 10 Buddies. Also die Hooks sind immer die ersten fünf Sekunden von der Werbeanzeige. 10 Buddies ist dann der Rest, dass man das schreiben kann. Und wenn du den besten Callout hast, also wenn du den besten Hook hast, dann einfach in allen Ads das Ganze verwenden. Und ich muss wirklich sagen, dass ich wirklich vielleicht in die Richtung schon ein bisschen was gemacht habe, Yes Question schon ein bisschen gemacht habe, die anderen noch nie probiert habe. Also da gibt es viel zu testen. Dann zweiter Part ist wirklich Value. I need to get them interested in what I have to offer. The best ads make the benefits look as big as possible and the costs look as small as possible. Why should I be interested in your thing? Genau, David Ogilvie, das ist auch ein cooles Zitat, was hängen geblieben ist. The customer is not a moron, she's your wife. Ja, also auch dieser Gedanke, dass man immer mit so leblosen Menschen irgendwie redet, die irgendwie sonst wo unterwegs sind, sondern dass es wirklich auch die Ehefrau sein kann, die der Kunde ist. Also dass man wirklich auch, glaube ich, so kommuniziert, als ob es die intimste Person ist, die man irgendwie in seinem Leben hat. Was kann man jetzt machen? Wirklich, und das ist halt ganz cool, dass man ganz genau erklären, was ist es eigentlich? Know the eight things about your own product or service, how it fulfills each element of value and how it helps avoid their opposites. Und hier geht es wirklich darum, und das auch in 100 Millionen, wie heißt es nicht, 100 Millionen Offers, doch Offers, dass man wirklich über die Wunschzitate seines Kunden redet, dann so die schlimmsten Vorstellungen, die irgendwie passieren kann, und dass eine Werbeanzeige das aufgreift. Die größten Ergebnisse, die man sich wünscht, die schlaflosen Nächte, die Probleme, dass man darüber redet, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass man das Ergebnis erzielt, welche Risiken ergibt es, dass man sozusagen, wenn man das Ergebnis nicht erzielt, beziehungsweise wenn man nicht startet, dass die Probleme immer größer werden. Dann kann man in einer Werbeanzeigen natürlich darüber reden, wie schnell man das Ergebnis erzielen kann, oder wie lange es auch einfach dauert, wenn man das Ganze sozusagen macht, und dass die Leute halt Speed haben wollen. Und der letzte Punkt, und das ist auch in 100 Millionen Offers drin, wirklich wie viel müssen die Leute investieren, also wie viel Skill müssen sie haben, und das ist auch der Grund, warum du zum Beispiel immer wieder diese Sachen hörst, dass man keine Vorerfahrung braucht, um irgendwas zu starten, weil man damit so den Einwand nimmt, dass die Leute denken, oh Gott, dafür brauche ich erstmal einen Masterabschluss, um das Ganze zu machen, und das sieht man damit, und dass man den Leuten hier zeigt, wie einfach das Ganze funktionieren kann. Dann, who, show how the eight key things about your product or service can change your prospect's status, then show how the people they know give status to the prospect when they buy your thing. Und das ist halt sehr, sehr spannend, und das ist auch so eine Anekdote von Steve Jobs, dass er irgendwann geknackt hat, dass das iPhone halt kein Telefon mehr ist, sondern ein Statussymbol. Und humans are primarily status-driven, how do people treat your clients after working with you. Business Buddies, genau, und das war halt so ein spannendes Beispiel, wie sozusagen behandeln andere Leute die Leute, nachdem sie mit dir zusammengearbeitet haben. Business Buddies say, business must be good, weil was weiß ich, but the phone doesn't ring all day, oder du hängst die ganze Zeit auf dem Golfplatz rum, und alle Leute sind so, oh Mann, das muss ja richtig gut bei dem laufen, und das ist was, was wir haben wollen. Das bedeutet, when get the prospect to see the consequences of buying and not buying, through their past, present and future, especially through their chance and status with the people they know. Also das bedeutet auch da, was weiß ich, wenn man abnimmt, wie reagieren die Kinder, wie reagieren die Eltern, wie reagiert die Ehefrau, und das sind halt coole Elemente, die ich noch nie gespielt habe. Und dann, letzter Part für die Ad ist Call to Action, einfach zu erzählen, was man machen muss. Learning Nummer 16, und das ist ein cooler Shift, und das ist so ein bisschen mehr die, aus meiner Sicht, die Marketingperspektive. We aren't selling anything, we are asking if they are interested in the stuff we sell, and if they are interested, they give us a way to tell them more about it, and when they do, they become engaged leads. Wuhu. Und das ist so ein bisschen diese Perspektive, die man auch gerade als Marketer mehr einnimmt, dass man die Produkte und die Angebote so gut macht, dass die Leute wirklich einen Schritt auf dich zukommen und sagen, hey, das hört sich verdammt gut an. Bestes Beispiel unserer Social Leads Academy, ich glaube, das Angebot ist so verdammt absurd gut, dass die Leute sagen, ich wäre ja blöd, wenn ich da nicht mit dabei bin, gerade weil man sie auch im Moment noch 14 Tage kostenfrei testen kann, und da ist wirklich alles drin, was wir in den letzten 5 Jahren über LinkedIn gelernt haben, alle Tools, um wirklich so schnell wie möglich Kunden über LinkedIn zu bekommen. Und so muss es eigentlich sein. An dieser Stelle, kurze Erinnerung, wenn du das Dokument haben willst, dann kurz meinen Kanal abonnieren, auf den Abonnieren-Button klicken und Leads in die Kommentare schreiben, und dann schicke ich dir den Link zu. Kommen wir zu Learning Nummer 17, I budget two times the cash I collect from a customer in 30 days when testing new ads. Und das so ein bisschen schon spezifischer, für alle Leute, die vielleicht ein bisschen professioneller sind oder einen Ausblick haben wollen, ist immer so die Frage, wenn du neue Werbeanzeigen sozusagen schaltest, wie viel Geld kannst du ausgeben, um die zu testen? Und das bedeutet, wenn dein Angebot zum Beispiel 5.000 Euro kostet oder 10.000 Euro, sagt er, dass er mindestens das Doppelte sozusagen ausgibt, um neue Werbeanzeigen zu testen. Was weiß ich, in unserem Fall, wenn wir jetzt Leute in unsere Social Leads Academy bekommen, ist ungefähr 200 Euro, ist so das Durchschnittsangebot, was die Leute wahrnehmen, weil sie sich direkt die ersten vier Monate sichern zu diesem Angebotspreis, und dann würde ich pro Werbeanzeige 400 Euro ausgeben, um zu gucken, ob die funktionieren oder nicht. Und das ist so ein bisschen das Irrationale. I worked with a business that took one year to get paid ads profitable. Once they were profitable, they made their years worth of wasted money back in the next months. Also sie haben ein Jahr gebraucht, um Werbeanzeigen profitabel hinzubekommen und dann haben sie aber einen Monat gebraucht und wirklich alles, was sie verloren haben, in dem Jahr wieder reinzubekommen. Das bedeutet, wenn man jetzt wirklich, das ist eine Waffe, bloß die wenigsten Leute sozusagen kommen dahin. Und er sagt so schön, if the budget number scares you, you are doing it right. Und das Gefühl habe ich auch, dass wir gerade wieder in einem perfekten Spot sind, um ordentlich aufzudrehen, weil wir viele gute Schritte gemacht haben und da werde ich das auf jeden Fall testen. Learning Nummer 18 ist, the cost to acquire customers between competitors in the same industry is much closer than you think. The difference between the winners and losers is how much they make of each customer. unglaublich spannender Punkt, muss man wirklich sagen. Er sagt hier, dass die Kosten für die Akquisition von neuen Kunden bei allen Leuten ungefähr gleich ist. Also das bedeutet, was weiß ich, wenn man jetzt mal LinkedIn Beratung oder LinkedIn Agenturen sich anguckt, im Markt geben alle ungefähr gleich viel aus, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Was weiß ich, wahrscheinlich wird es bei uns zwischen 1000 und 2000 Euro sein pro Kunden, dass es da gar nicht so groß sozusagen Unterschiede gibt, dass es näher ist, als man denkt. Der große Unterschied zwischen den Leuten, die gewinnen und denen, die verlieren, ist, wer verdient mehr pro Kunden? Und das ist so der zweite Teil, dass man natürlich in Werbeanzeigen bestenfalls nur so viel ausgeben kann, wie man auch wieder reinbekommt. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel viele in unseren Angeboten geändert haben und auch anders gestaffelt haben, weil ich jetzt einfach pro Kunden deutlich mehr verdiene und deshalb auch viel mehr in Werbeanzeigen investieren kann. Und das war nochmal ein spannendes Learning, dass es am Ende dann doch um deine Angebotspalette geht und wie du dein Angebot strukturiert hast, wenn du wirklich den kompletten Markt in deiner Branche übernehmen willst. Learning Nummer 19, find a way to get your customer to pay you back in the first 30 days so you can recycle your cash to get more customers. Das ist tatsächlich ein großes Ziel, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, dass man wirklich innerhalb der ersten 30 Tage schon break even ist. Und das ist tatsächlich etwas, wo viele Leute diese falsche Vorstellung haben, dass sie irgendwie Werbeanzeigen schalten, was weiß ich, um mal 2000 Euro pro Monat reinschmeißen und in den ersten 30 Tagen schon das Geld irgendwie zurückbekommen. Das könnte nicht weiter von der Realität sein. Ich glaube, das ist so eine Vorstellung, weil man einfach es nicht besser weiß. Das ist etwas, nachdem ich jetzt 5 Jahre Werbeanzeigen schalte, etwas, woran ich mich rantaste sozusagen und es gerade lerne, wie das Ganze funktioniert. Aber das ist so die absolute Königsdisziplin. Weil wenn man mal überlegt, was das bedeutet, ist, dass Leute, die noch nie was von dir gehört haben, das erste Mal sozusagen über dich stolpern und dann direkt Geld bei dir ausgeben. Wie häufig hat man das gemacht? Klar, im E-Commerce-Bereich ist es relativ gängig, aber gerade im B2B-Bereich ist es relativ schwierig. Da bin ich jetzt gerade dann und da freue ich mich auch, in den nächsten Wochen, Monaten, dir ein paar Updates zu geben, weil wenn man das geknackt hat, dann kann man halt unendlich Geld ausgeben. Weil wenn du, was weiß ich, 5000 Euro in Ads ausgibst und direkt in den ersten 30 Tagen 5000 Euro zurückbekommen und das alles über deine Kreditkarte laufen lässt, dann kannst du das ohne Probleme vorfinanzieren und kannst dann 10.000 ausgeben, 20.000 ausgeben, 50.000. Das wird lustig. Learning Nummer 20. Your best free content makes the best paid ads. If you can get your customers to create testimonials or reviews you need your products, post them. Relativ simpel. Deshalb haben wir auch irgendwann diesen Zwischenschritt eingezogen, dass alle unsere Kunden erstmal organischen Content lernen müssen, weil viele diese falsche Vorstellung haben, dass man Werbeanzeigen direkt schaltet und auf magische Weise da irgendwie Kunden kommen. Ja, wenn man das 5 Jahre lang macht, Werbeanzeigen schaltet, dann kann man das vielleicht hinbekommen. Für den Anfänger absolut unmöglich. Learning Nummer 21. Und das sehr, sehr cool aus meiner Sicht, weil es auch wieder leicht runtergebrochen hat. Was ist, wenn du alle Strategien machst, aber nicht genug Leads bekommst? Und in diese Situation wirst du immer wieder kommen, dass du da sitzt, ey, ich bin hier am Rödeln, ich setze diese Core vor, die er da vorgestellt hat, irgendwie um, aber irgendwie kommt nicht genug. Erster Punkt, more. You can do more of what you're currently doing. Was weiß ich, wenn du einmal pro Tag postest bei LinkedIn oder nehmen wir, du postest dreimal pro Woche, poste jeden Tag. Das haben wir auch getestet. Zum Beispiel war ein cooles Experiment und ich hätte mich gefreut, wenn es ein bisschen anders ausgegangen wäre. Ich habe täglich bei LinkedIn gepostet und da habe ich gedacht, ey, was passiert denn, wenn wir zweimal täglich posten? Dazu habe ich auch ein cooles, eine coole Auswertung gemacht. Findest du ja auch auf dem Kanal. Aber einfach mehr zu machen, wenn du 50 Nachrichten pro Tag verschickst, dann verschick einfach 100 Nachrichten. Simple Regel. Better. You can do what you're currently doing better. Ja, auch zum Beispiel Werbeanzeigen habe ich fünf Jahre sozusagen irgendwie geschaltet und hat auch immer irgendwie so funktioniert. und dann habe ich letztes Jahr mir eine Agentur gesucht, die sozusagen mit mir Video-Ads macht und das nochmal komplett professionalisiert. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ja, man kann relativ zügig irgendwie 20% von der Fähigkeit, keine Ahnung, ich glaube, man kann auch relativ zügig irgendwie auf einem Surfbrett stehen und eine Welle runterrutschen, aber dann gibt es halt, keine Ahnung, heißt er Kelly Slater oder so, dann gibt es halt Leute, die das irgendwie Weltmeisterlevel machen. und ich habe das Gefühl, dass die Leute immer sehr schnell sagen, ja, Werbeanzeigen schalten kann ich. Ja, aber dann gibt es halt auch Leute, die das irgendwie nochmal ganz andere Ergebnisse erzielen, sodass man da eigentlich nie ausleeren kann. Und man kann es natürlich auf neuen Plattformen machen. Das war zum Beispiel auch eine Entscheidung von uns im letzten Jahr, dass wir Werbeanzeigen auf LinkedIn ganz lange geschaltet haben und ich das Gefühl hatte, wir müssen mehr noch Leute erreichen, die noch gar nicht von LinkedIn gehört haben und haben dann angefangen, Facebook und Instagram Werbung zu schalten und das war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben, weil einfach ganz viele Leute da draußen noch gar nicht wissen, dass LinkedIn ein Ding ist und dass sich das lohnt als Gründer und Geschäftsführer. Learning Nummer 22, Commit to the Rule of 100 und das ist, glaube ich, das, was Alex auch immer den Leuten so rüber schmeißt, so, du musst Volumen machen, 100 Tage, 100 Reachouts per Day, also 100 Nachrichten verschicken, 100 Minuten Content erstellen pro Tag, 100 kalte Nachrichten und 100 Minuten Making Ads, was sind das ungefähr? Anderthalb Stunden, anderthalb Stunden, anderthalb Stunden, anderthalb Stunden, also wenn du da sechs Stunden jeden Tag Gas gibst, dann kannst du eigentlich keine Leads haben und das über 100 Tage, da knallt es aber richtig. Learning Nummer 23, das war für mich nochmal ganz spannend, weil gerade bei Werbeanzeigen du relativ viele Split-Tests machst, das bedeutet, one test, one thing per week per Plattform, jede Woche einen Termin für Split-Tests, also ob ich jetzt zum Beispiel jeden Montag mache ich einen Split-Test in meinem Funnel und gucke, was wir optimieren können, aber dass man es auch nicht zu kompliziert macht, sondern dass man einmal pro Woche eine Sache testet. Learning 24, whenever I think about building a business, I think about that. Genau, after I do warm outreach to get my pool of customers going, I have more time than money. Ja, also das bedeutet, man hat einfach ein bisschen mehr Zeit, das Ganze sozusagen funktioniert, ja genau, man hat die ersten Kunden bekommen, dann moving to posting content, na, man hat seinen Pool an, dann fängt man an mit Content, if I have more money than time, I go with cold outreach or running ads, weil kalte Direktnachrichten, wenn man es richtig macht, auch außerhalb von Plattformen, kosten halt Geld, in dem Fall Sales Navigator oder man kauft sich halt Listen ein, Kontaktlisten, das kostet auch Geld, also immer wenn du Zeit hast, machst du warm outreach oder vielleicht auch so ein bisschen cold outreach auf zum Beispiel LinkedIn und postest Content, wenn du mehr Geld als Zeit hast, dann fängst du an mit Werbeanzeigen und kalten Direktnachrichten. Learning Nummer 26 und das tatsächlich etwas, was ich noch so ein bisschen ausgelassen habe hier, obwohl weiter hinten kommt es doch, dass man nicht nur diese vier Strategien machen kann, sondern man, dass man dann noch vier Personen hat oder Gruppen hat, Personengruppen hat, die dir Leads bringen. Also zum Beispiel deine Kunden kommen wir gleich zu, wenn die die Empfehlung aussprechen, ist die beste Möglichkeit, um Leads zu bekommen. Dann Affiliates, man kann natürlich Leute heranzüchten, die deine Angebote promoten und dadurch Geld verdienen. Dann Mitarbeiter, du setzt natürlich dein Team hinter diese Strategien, die ich vorgestellt habe. Und Agenturen, kann man natürlich auch heiern, dass die Content für dich erstellen, Reels irgendwie erstellen, Werbeanzeigen schalten. Also die vier Möglichkeiten gibt es, dass man die mit ins Boot holt. Dann Learning 26 und ich glaube, darüber wird viel zu wenig geredet in dieser ganzen Welt. The best advertising is a happy customer. An amazing product turns every customer into a lead getter. Und ich habe das Gefühl und das ist auch etwas, was ich von Homosi so mitgenommen habe, du machst Sales, weil du kein Marketing kannst und du machst Marketing, weil du kein Produkt kannst. Umso besser dein Produkt ist ultimativ, umso leichter wird die Vermarktung und umso leichter wird es Kunden zu bekommen und das war auch der Grund, warum wir sowohl unser Mentoring als auch unsere Social Leads Academy noch mal im letzten Jahr Woche für Woche abgegradet haben, immer neue Inhalte, neue Updates, noch besseren Service gemacht haben, noch bessere Beratung gemacht haben und seitdem so viele Empfehlungen bekommen haben, wie noch nie. Und das ist einfach unglaublich cool zu sehen, dass man sich dann doch, na, oh Wunder, verdammt viel auf sein Produkt konzentrieren sollte. Learning Nummer 27, zwei Gründe, warum du nicht mehr Empfehlungen bekommst. Erstens, dein Produkt ist nicht gut genug und ich glaube, das ist leider bei den meisten Leuten der Fall, dass das Angebot einfach nicht gut genug ist. Zweiter Grund ist, du fragst nicht danach, ne, und dann kommt der Punkt, du hast ein gutes Produkt, aber fragst einfach nicht nach Empfehlungen, dann wird es auch schwierig. Learning Nummer 28, Marketing Legend said, any fool can sell something for less. Das war auch etwas, gerade in der Vermarktung für die Social Leads Academy, weil ich es mitgenommen habe, klar könnte ich immer wieder irgendwelche Preis-Drops sozusagen machen und es immer wieder irgendwie günstiger anbieten, aber das kann jeder. Die Kunst ist wirklich mehr, den Mehrwert sozusagen klar zu machen und den Wert, den die Leute sozusagen zu kommunizieren und den Preis stabil zu halten und das habe ich auch in den letzten Monaten hinbekommen und das war irgendwie cool zu sehen, dass man natürlich immer seine Angebote irgendwie verramschen kann und immer günstiger machen kann, aber wer hat das schön gesagt, man hat keinen strategischen Vorteil davon, der zweitgünstigste im Markt zu sein und das war tatsächlich auch etwas, was wir 2,3,20 gemacht haben, dass wir unsere Preise nicht nur verdoppelt haben, sondern verdreifacht haben und weil ich guten Gewissen sagen konnte, dass wir die Leistung erbringen, dass wir einen unglaublichen guten Job machen, gerade im Mentoring und dass es allemale das sozusagen wert ist und es verrückt zu sehen war, dass die Leute direkt auch zugesagt haben, ja gesagt haben und die Abschlussquoten sogar besser geworden sind und dass so wirklich so Sachen, die in Erinnerung geblieben sind, ich weiß es noch, es gibt so eine Anekdote von Donald Trump, dass er irgendwie so einen ganzen Wolkenkratzer in New York gekauft hat, hat er das Ding nicht verkauft bekommen, hat dann irgendwie den Preis um 50% erhöht oder 25%, also es war eine absurde Zahl und plötzlich war das Ding ausverkauft, ja und das war etwas, was ich auch mitgenommen habe, Preise sind einfach etwas Irrationales und insofern, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Learning 29, 6 Wege, um mehr Empfehlungen zu bekommen durch Mehrwert, also tatsächlich, spannender Punkt ist, sell better customers, figure out what your most successful customers have in common, then sell only to people who meet those criteria, also auch da immer zu gucken, wer sind deine besten Case Studies, mit wem macht es am meisten Spaß und danach mehr Leute zu suchen, das haben wir auch in den letzten Monaten beobachtet, dass gerade, was weiß ich, Gründer von Agenturen, von Softwareunternehmen oder auch von Beratungsunternehmen, eigentlich die sind, die in der Zusammenarbeit die besten Ergebnisse erzielen, am meisten umsetzen und wirklich es auch am meisten Spaß macht und dann haben wir gesagt, hey, wir gehen mehr auf die Gründer und Geschäftsführer und ist super aufgegangen. Dann, dream outcome, set better expectations, das ist super spannend, slowly lower the promises you make when making offers, keep lowering them until your close rates lower, this maximizes how many customers you get and the good will you build. Und das ist tatsächlich ein gängiger Anfängerfehler, den ich sehe, dass Leute so absurde Versprechen haben, dass sie wirklich so, ich zeige dir morgen, wie du gefühlt irgendwie auf eine Million wächst mit deinem Unternehmen und jeder ist so, ja, ziemlicher Bullshit. Und hier sagt das halt genau andersrum, versucht gefühlt so, du kommst in eine Zusammenarbeit mit uns und ich verspreche dir gar nichts und das ist halt auch wirklich so die Realität. Ich kann dir sagen, andere Kunden erzielen das und das in wenigen Monaten, aber wir haben das auch immer weiter gesenkt, weil natürlich liegt es auch an dem Kunden oder auch was weiß ich, an dir, wie viel du umsetzt. Also wenn jemand auf der Couch sitzt und nichts machst, dann kann ich halt auch nicht sagen, was passiert. Aber dieser Gedanke, dass man die Erwartungen immer weiter senkt, dass die Leute halt reinkommen und gefühlt immer weniger erwarten, führt natürlich dazu, dass wenn sie dann Ergebnisse erzielen, so krass. Und wir haben immer wieder Kunden, die nach der Profiloptimierung die ersten Anfragen bekommen, die nach den ersten Nachrichten die ersten Termine bekommen und sind dann so, holy shit, damit hätte ich jetzt nun wirklich nicht gerechnet. Dann increase perceived likelihood of achievement, get more people better results as soon as you start getting customers results. Note what they did, then start guaranteeing new customers results, but do it on the condition that they do what the best customer did. Das bedeutet, man guckt sich immer den besten Kunden an, baut da drauf sozusagen die Roadmap und dann kann man natürlich nach außen noch Garantien geben, wenn die Leute das genauso umsetzen wie dein bester Kunde. Ich habe mir mit Garantien immer ein bisschen schwer getan, weil es für mich auch gerade im deutschsprachigen Raum, habe ich das Gefühl, so von sketchy Leuten genutzt wurde, hier so die absurde Garantie, so dass alleine der Gedanke von Garantien irgendwie schon so einen falschen Gedanken hat, so dass ich da immer einen Bogen drum herum gemacht habe. Aber kann jeder für sich selbst entscheiden. Dann natürlich decrease time delay, get faster results, umso schneller du Ergebnisse lieferst in der Zusammenarbeit, desto besser. Mach es den Leuten sozusagen einfacher, also guck immer, wie du mehr Tools bauen kannst, noch leichter machen kannst. Siehst du ja auch, was weiß ich, bei meinem YouTube Channel, das machen wir natürlich auch hinter den Kulissen für unsere Academy und auch für das Mentoring, dass wir immer neue Tools entwickeln, um es allen unseren Kunden so leicht wie möglich machen, das Ganze umzusetzen. Und dann call to action, erzähl den Leuten, was er jetzt nächstes kaufen soll. Das fand ich ganz spannend, treat every customer like it's the first time you've sold them. Make sure your next offer is more compelling than your first. Remind them to buy more after each big win. Da sind mehrere Sachen drin. Zum einen habe ich das Gefühl, wenn man zusammengearbeitet hat, kommt immer dieser Punkt, wo man so verlängern will. Aber die meisten Leute feiern halt verlängern, so semi. Und er sagt halt, dass man jeden Kunden so behandeln sollte, als wäre es der erste, sodass auch das Anschlussangebot richtig gut sein muss. Und da haben wir auch halt viel gegrübelt und sind auch noch da drin, in dem Prozess zu überlegen, was ist gerade nach dem Mentoring so das nächste große Angebot und überlegen da gerade noch, was man machen kann. Und, dass man auch den Upsell macht, nicht am Ende der Zusammenarbeit, sondern wirklich in dem besten Moment, wo sie ein cooles Ergebnis erzielt haben. Das fand ich auch cool. How would you treat him if you had just one client and he's the only new business can come from. Also das bedeutet, stell dir vor, du hast nur einen Kunden und das ist die einzige Möglichkeit, dass über diesen Kunden neue Kunden reinkommen, weil er Empfehlungen ausspricht, et cetera. Wie würdest du diese Person behandeln? Und da glaube ich, sind wir uns einig, dass man den besonders behandeln würde. Und wenn man das Prokunden hinbekommt, dann braucht man sich wenig Sorgen machen. Learning Nummer 30, du brauchst die richtigen Glaubenssätze, damit Mitarbeiter funktionieren. Das fand ich nochmal cool zu hören, dass auch diese Klassiker hatten, wenn es gut werden soll, muss ich das selber machen. Ich glaube, in diese Falle tappt jeder. If you want it done right, get someone to spend all their time doing it. Ist ein cooler Glaubenssatz. If I can do it, someone else can do it better. Und everyone is replaceable, especially me. Also drei so einfache Glaubenssätze, die man wirklich nehmen kann, gerade für Mitarbeiter. Dann Learning Nummer 31, dass seine Mitarbeiter die Core 4 umsetzen. Also Direktnachrichten, warm und kalt, Content zu erstellen und zu posten und Werbeanzeigen zu schalten. Und das ist ja der beste Hebel, sozusagen, dass du ganz genau den Mitarbeitern zeigst, was sie umsetzen sollen. Genau das habe ich auch mit meinem Team gemacht. Gliss und Malte machen Outreach, also schicken die Direktnachrichten. Malte macht den Content für mich. Mit Malte mache ich gemeinsam, sozusagen, die Werbeanzeigen. Alle, sozusagen, da. Dann ganz spannend. Learning 32 Agency, also Agenturen, können Schlüssel sein. Dass man sich immer wieder fragen sollte, macht eine Agentur gerade Sinn? Also habe ich Geld dafür, für die Agentur. Möglichst vielen Agenturen auch zu sprechen. Da gibt es gigantische Unterschiede. Das durfte ich entlang des Weges auch irgendwie lernen. Dass man dann ein Framework von ihm benutzt, wo er sagt, hey, es gibt irgendwie immer sechs Monate, wo die Agentur alles macht. Dann holt man sich jemanden in sein Team rein, der von der Agentur lernt. Und dann macht die Agentur nur noch Beratung. Und dass man wirklich sagt, Schritt Nummer vier, setz eine Deadline, lern alle Fähigkeiten und trainier dein Team. Und dann, sozusagen, treten diese Teams gegeneinander an. Dein internes Team gegen die Agentur. Und wenn dein Team, sozusagen, regelmäßig gewinnt, dann gehst du auf Beratung bei der Agentur. Und das ist, glaube ich, für beide Seiten ein cooler Deal. 33 Learning Affiliates. Once you get them going, they can operate entirely on their own. Da habe ich nicht so wahnsinnig viel sozusagen rausgeschrieben. Das habe ich noch auf dem Zettel für dieses Jahr. Musste auch noch lernen, wie man das Ganze hinbekommen, dass wirklich Affiliates deine Angebote promoten. Da muss das Angebot verdammt gut sein. Und ich glaube, auch die Werbematerialien passen das was, was ich für dieses Jahr auf dem Zettel habe. Learning 34, the last skill you ever need to learn is how to get other people to do everything you need for you. Und das ist auch ein cooler Gedanke, dass man wirklich seine Maschine baut und dass man dann die richtigen Leute findet, die das für einen umsetzen. Learning 35, Customer Referrals have the biggest potential for low cost exponential growth. Und das ist nochmal ein spannender Gedanke, dass wirklich Empfehlungen ein Schlüssel sein kann, um zu skalieren. Und ich glaube, gerade gute Agenturen und gute Beratungsunternehmen kriegen das auch hin, dass sie so guten Job machen, dass sie alleine aus ihrem Kundenstamm wachsen. Und ich glaube, an diesen Punkten muss man kommen und das liegt immer am Produkt, liegt an Erwartungen, das was ich auch oben geschrieben habe, dass man das im Hinterkopf habe. Cooles Mindset Ding, whenever I get to a low point where I think, why do I even bother, I just try to remind myself, this is where most people stop and this is why they don't win. Also auch da, immer wenn es irgendwie schwierig wird, das ist der Punkt, wo die meisten Leute aufgeben und das ist der Grund, warum sie nicht weiterkommen. Dann super spannend, Learning 37 ist wirklich seine Roadmap von 0 to 100 Million. Schritt Nummer 1 und ja, ich gebe dir mal die Kurzwerden, Schritt Nummer 1 ist wirklich, alle deine Freunde wissen, was du verkaufst, über warme Direktnachrichten. Du erzählst allen Leuten sozusagen Schritt Nummer 2, was du eigentlich verkaufst, über Warm Outreach und über dein Content. Deine Mitarbeiter fangen an, dir zu helfen, Advertising, also wirklich Werbeanzeigen zu schalten, Content zu machen, all sowas. Schritt Nummer 4 und das kann man nicht genug betonen, your product is good enough to get consistent referrals, focus on the product until it's so good that you get consistent referrals, then go back to scaling and advertising. Und das war auch nochmal ein spannender Punkt, habe ich auch vom Gründer aus Amerika gesehen, der erst gesagt hat, hey, wir sind noch nicht am skalieren, wir sind noch gerade am Produkt bauen und wenn nicht mindestens einer von drei Kunden uns empfiehlt, dann drehen wir noch nicht auf und das war auch nochmal ein spannender Gedanke für uns, weil wir immer sehr auf der Vermarktungsseite lange Zeit waren, bis wir das im letzten Jahr umgestellt haben und jetzt einfach merken, hey, es macht alles einfacher, wenn du genug Empfehlungen jede Woche bekommst. Fünf, you advertise in more places in more ways with more people, advertise profitably using at least two methods on multiple platforms, advertise profitably and using at least two methods, ah, das ist das gleiche, zack, du siehst, ein bisschen geskribbelt, habe ich hier, und you hire killers, get battle hearted executives and department heads to take over new advertising activities and channels, na, also das bedeutet, diese core force muss man eigentlich nur mit größeren, ähm, Ausschlägen sozusagen machen und dann die richtigen Leute umsetzen. Dann ganz cool ist, learning 38, wirklich die 100 million lead machine, your media team scales tons of free content in all media types on many platforms, also es wirklich ein Team hast, du bist auf allen Plattformen sichtbar, you regularly make offers to your warm audience to get more customers of affiliates, muss ich auch sagen, deshalb machen wir zum Beispiel einmal pro Monat unser LinkedIn Training, wo wir immer die neuesten Erkenntnisse auch mitbringen, um einfach unsere warme Liste sozusagen, äh, zu konvertieren. Your ravenous audiences makes anything you launch immediately profitable, immer wenn du was launchst, kaufen die Leute direkt, you have teams running and scaling profitable paid ads across multiple channels, dass du halt wirklich so ein Media Team hast, was das Ganze mit dir umsetzt, your cold outreach team gets you more customers, you have an affiliate manager, you have recruiters in recruiting agencies, bringing in more lead getters, your product is so good that a third of your customer brings you more customers. Hier ist auch dieser ein Drittel and your executive team drives all this growth without you and you have more engaged leads than you can possibly handle. Und das zeigt nochmal ganz cool, wie das Setup am Ende auch aussieht, wie sieht diese 100 Millionen Lead-Machinen aus und dann kann man sich auch überlegen, bei diesen Punkten, was fehlt mir eigentlich noch? Und so ein paar Sachen habe ich schon, so kleine Sachen natürlich noch weiter entfernt von 100 Millionen, aber so um zu überlegen, was ist das Zielbild, wohin arbeite ich eigentlich? Und ich beende sozusagen das 39. Learning mit einer coolen Anekdote, die auch Alexa Mosi in dem Buch sozusagen gibt. In schwierigen Tagen sage ich mir, I cannot lose if I do not quit. Und erzählt eine coole Story da, das sagt, stell dir vor, du hast irgendwie einen Würfel mit, du weißt nicht wie vielen Seiten, 20, 40, 200 Seiten und irgendwie fast alle Seiten sind rot und du hast ein, zwei grüne Seiten. Und gerade wenn du am Anfang würfelst rot, würfelst du nochmal, würfelst du nochmal, würfelst du nochmal, aber immer wenn du grün würfelst, wird eine weitere Seite auch grün. Und das bedeutet, du verstehst, über die Zeit wird dein Würfeln halt immer erfolgreicher. Also immer mehr Seiten werden grün, bis irgendwann dein Würfel gefühlt fast nur noch grün ist und du immer gewinnst. Und das sagt dir halt, Unternehmertum ist genau so, dass du eigentlich nicht scheitern kannst, solange du nicht aufgibst. Weil jede rote Seite ist ein Hinfallen und wenn du dann weitermachst und dranbleibst, wirst du halt über die Zeit besser. Und das habe ich auch gemerkt, dass gerade über die Jahre irgendwie die Schläge immer mehr sitzen, dass man immer weniger Fehler macht, dass man immer mehr versteht, was funktioniert und was nicht funktioniert und man eigentlich nicht scheitern kann, solange man nicht aufgibt. Wie gesagt, das waren meine größten Learnings aus 100 Millionen Leads. Da steckt natürlich unglaublich viel mehr noch drin in dem Buch. Also absolute Empfehlung, dir das Ding auch einfach zu bestellen. Ansonsten gibt es dazu auch einen Online-Kurs, den du dir angucken kannst und auch das Audiobook gibt es, glaube ich, auch for free. Kannst du dir irgendwie bei Spotify anhören. Wie gesagt, wenn du das Dokument haben willst, kurz den Kanal abonnieren und Leads in die Kommentare reinschreiben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Bis gleich.